Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fies... äh, Quatsch. Let's Play, der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir befinden uns gerade dabei, die Zwergenfestung zu laden, wie es aussieht. Erebor. Vermutlich müssen wir die vor dem Ansturm der Orks verteidigen. Und, naja, ich hege keine Zweifel, dass wir das auch schaffen. Entsprechend muss die Festung aber erst mal geladen werden. Denn erst, wenn sie da ist, kann man sie verteidigen. Logisch. Mhm. Wie gesagt, ist noch mein alter Rechner. Das dauert alles noch ein bisschen. Ich bin noch im, ich nenn's mal Notaufnahmen-Modus. Ich bin in der Notaufnahme. Aber, ich denke mal, das wird sich dann irgendwann alles geben. Vor allem, wenn der mal hier lädt. Ja, Mensch. Na komm, jetzt aber. Das Schicksal Mittelerdes steht auf Messerschneide. Während der Herr Dol Guldurs nach Norden in Richtung Tal und Erebor marschiert, belagern Saurons Armeen Minas Tirith im Süden. Frodo erreicht endlich Mordor. Glorfindel und Gläun besiegeln den Düsterwald mit Tranduil, dem König der Waldelben, das Bündnis zwischen Elben und Swerken. König Dain, der von diesem Treffen nichts ahnt, rüstet sich indes grimmig für seine vielleicht letzte Schlacht. Letzte Schock, verteidigt den Erebor oder Fall. Ja, gut. Die Dina Mordors kommen. Ihre erste Welle wird bald hier sein. Wir müssen unsere Stellungen im Tal verstärken, um sie vom Erebor fernzuhalten. Das ist eine gute Idee. Das werden wir auch locker leicht tun, sobald wir hier... ...diese Truppen nach Tal und beginnt mit der Befestigung der Stadt. Äh, ihr... ...hap... ...hap... ...du... ...gehst direkt mal hier hin, weil hier irgendwo, während die rauskommt, das weiß ich jetzt schon. Äh, und baust hier eine nette... Ich mache nur ein Päuschen. Äh, Burkin. 14 Minuten haben wir, um hier alles aufzubauen. Das sollte kein Problem sein. Ähm, du... ...baust in aller Ruhe hier zack. Wir werden hier nämlich auch anfangen, noch einen... ...Typen zu beschwören. Und wir werden hier auch anfangen, die ganzen... ...so. Erstmal gucken, ob hier irgendwas zu... ...erobern ist. Ähm, MM. Hier. Wir müssen die unseren schützen. Wir haben auch schon einen Schiedsstand. Wunderbar. Einige unserer Leute graben unter Tal ein Gangesystem. Bald können wir Truppen mit der Untergrabenfähigkeit zu jedem Punkt auf dem Schnappfeld schicken. Wunderbar. Klingt doch gut. So, die gehen alle rein. Genau. Verzieht euch in die Festung, da seid ihr sicher. Erstmal. Hier, hopp. Ich brauche eigentlich nur einen so'n Teil. Na gut, ich mach mal zwei. Weil ich kann den einen... Ja, das ist gut. Wir haben die Halle der Krieger erweitert. Wir haben alle Hände voll zu tun. So, du baust hier was hin. Wo ist der Bauplatz? Vorwärts. Du gehst mit raus. Du baust hier. Hm. Wir seid ihr sicher. Zu den Äxtenzwergen. Wir haben die Schmiede erweitert. Wunderbar. Ihr könntet mal hier. Das dicke erobern. Wie schnell, bevor jemand versucht, uns aufzuhalten. So. Wir haben das Gebäude eingenommen. Gebäude eingenommen. Wir haben ja auch einen Haufen Rohstoffe. Ist ja nicht so, dass hätten wir da keiner hätten. Wo ist wer? Zu den Äxtenzwergen. Ja, das ist gut. Ist das schon Unsache, ihr Pfeifen. Ihr Pfeifenkippe. So, hier... Die Burg läuft. Die Phalanx ist unsere Stärke. Jetzt werden die Zwerger ein Wörtchen mitreden. Ihr geht auch hier fein mit runter. Hab, hab. Ihr macht auch mal mit hierher. Zack. Achso, hab ich nicht ausgewählt. Ich wollte eigentlich die haben. Genau. Und klack. Und du. Geh hier hin. Ihr geht auch hier runter. Ihr natürlich. Auch der Streitwagen. Den können wir auch mit runterhauen. Zack. Und bäm. Hier hin. Die Hüter können nun Belagerungshemmer einsetzen. Ja, das ist alles, was ich will. Worauf warten wir noch? Wir haben alles in Griff. Hier kommt schon die ersten Typen an. Wir sind stolze Krieger. Ah, endlich ein Kampf. Wir müssen die unsere Fahrzeuge zu gestalten. Da kommen die ersten Typen. Unsere Gebäude. Schnell. Mach's dir kalt, Mann. Mach's dir kalt. Wie war unsere Streitmacht stärker? Ja. Dann hier. So ein Teil. Du brauchst. Oh, hier oben haben wir noch ein paar Halden. Wir brauchen Platz. Das wird ein Kinderspieg. Ja, ich denke, das sollten die hier locker leicht ohne mich hinkriegen. Die laufen. Wir haben im Süden einige Korsaren ausgemacht. Keinen am Leben. Oh, die hab ich schon längst gesehen. Die neue Festung ist fertig. Axtschleuder! Wir haben die Schmieder erweiterung. Axtturmerweiterung. 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 Hier hinten machen wir so eine Katapult-Erweiterung hin. Zack. Und hier machen wir einen Mauer-Knoten. Mauer-Knoten. Das ist unsere letzte Hoffnung. So, hier drinnen bauen wir alles. Zack. Eiskalt. Du, mein Freund, baust hier mal. Es muss einen besseren Platz geben. Hier. So, das da hin. Du baust hier. Mach den Weg frei! Keine Zeit für Ruhepausen. Du baust hier. Zack. Du baust hier. Äh, das Ding aus. Zack, zack. Jetzt werden die Zwerge ein Wörtchen mitreden. So, das Gebäude wäre fertig. Mh. Jetzt können wir nämlich hier mal... ...ein Mäuerchen ziehen. Bisher her. Und hier auch. Geht mal rüber her. Hier. Zieh mal auch ein Mäuerchen. Ja, ich weiß, das hilft nicht viel. Aber immerhin. Vielleicht kann ich ja hier noch eine Erweiterung, noch einen Turm, noch eine Dings mit hinbauen. Die geschmiedeten Klingen sind bereit. Wir werden warten. Ihr habt das Gebäude. Bei mir seid ihr sicher. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier kommt der erste Druck. Worauf hatten wir noch? Jetzt bei Kaffee 2. Kommt mal hier hin gucken. Jetzt. Wir müssen die unseren schützen. Oh. Hat er hier nichts gebaut, oder was? Bauerei. Zack. So, hier geht's. Wie viele Minuten haben wir noch? Ja. Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. An die Arbeit. Ja, an die Arbeit. Diese Mauern werden standhalten. Das sollten sie auch. So. Hier. Nehmen wir gleich die hier. Zack. Bumm. Achstschleudere! Wir haben den Mittelpanzer fertiggestellt! Ja, alle Hände voll zurück! Du baust eben noch eine Burg. Und zwar hier hin. So. Oh, hier ist sehr kalt. Dann kommt die hier nicht durch, glaube ich. Ich hoffe, die kommen hier hinten. Und ich auch noch. Aber ich glaube nicht. Die kamen nur hier vorne. Habe ich beschlossen. So. Komm. Hier noch ein Birkchen hin. So, das Gebäude wäre fertig. Hier. Zack. Lasst uns bauen, Brüder! Was gibt's noch? Baut eine Festung in den Tal. Achso, Impfe im Tal. Wir sind ja vor Tal. Ja, gut. Wir haben, denke ich, genug Rohstoffe. Ich will ja schon vor Tal ein bisschen. Wir haben alles im Griff. Ein bisschen für Ordnung und Sorgen. Wir haben hier noch. So, hier machen wir die hier mal rein. Ach so, okay. Hier geht ja nicht mehr. Hier geht ja nicht mehr. Hier geht ja mal hier durch, bevor es hier nichts mehr durchgeht. Wir kommen an Bord, Menschen aus Tal. Willkommen an Bord, Menschen aus Tal. So. Hier. Axtturm. 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 Kein Axtrom, äh, kostet zu viel. So, aber hier. So. Die Schweine. Weg von den Flammen, Brüder! Hier sind stolze Kriege. Die Schweine greifen an. Sonja wollte nicht wahr sein. Einfach unsere Hallen angreifen hier. Zock. Mit Zwergen geschickt. Wo ist der Feind? Hier, der macht mir platt. Meine Güte. Bei mir seid ihr sicher. So, sieben Minuten noch. Bleibt hier, bleibt hier. Ihr geht hier hin. Das sieht gut aus. Wir haben alle Hände voll zu dir. Ja, ja, ich weiß. Du machst nämlich hier eine... Dingsinn. Warum nicht? Ist ja doof. Ich baue hier halt. Lass uns bauen. Wo ist der zweite Typ? Wir hatten doch 3 einmal. Wagen ist bereit. Schlacht ist nah. Ich rieche es. Ja, wir hatten mal 3. Wir sind stolze Kriege. Weiß ich noch ganz genau. Ich führe euch. Was ist das? Na, da baut ihr noch einer. He he. Ach so, da baut hier unten die Festung. Äh. Wollt es vergessen. So, das Gebäude wäre fertig. Die Festung ist errichtet. Ähm. Hier waren mal... ...Mauerknoten und hier gleich auch einen mit hin. Das Gebäude wäre fertig. Was ist 1600? Wir haben alle Hilfe voll zu tun. Wir erledigen das. Jawoll. Mach das. So. 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 Du baust ... ähm ... irgendwo hier. Hier, hier, hier ... paum. Lass uns bauen! Wo ist der Bauplatz? Ich bin euer König. Schnell, an die Zügel. Nichts vermag der Macht der Zwerge zu trotzen. Ich bin euer König. Ich mach trotzdem jetzt ne Pause. Den Pardonen zu erfolgern. Bis denne! Tschöö!